Sooo, meine Freunde sind wir heute hier mit, äh, Kotor, beziehungsweise Knights of the Old Republic und, unser Roboter, der geht auf Portfolio, hier wird schon ordentlich aufgeräumt, was ist da, wo, was ist da hier, natürlich, stirb, Assi, stirb, du Assi, stirb, du Assi, so, da gehen wir nicht rein, das, schafft das nicht hier, das ist zu heftig, zu heftig ist das, Ich stöpfe erstmal die Mine, aber die rennen sowieso, die rennen sowieso, okay, die rennen rein, und ich kenne keine Gnade, Waffenkammer, okay, Schallgranate, Betäubungsgranate, Splittergranate, Flammenwerfer, Schild, Disruptor, okay, Na, da lassen wir mal, da, vielleicht können wir ja irgendwie, Guck mal, sind wir wieder hier, Kontrollzentrum, Da gehen wir ja nicht rein, das ist ein bisschen zu heftig, dort drin, Ja gut, dann gehen wir eigentlich, können wir eigentlich wieder, Können wir eigentlich Dingens, den Aufzug runter, Tschu, 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 Gucken, wo wir jetzt hin, Karte, Karte, okay, Ich glaub, da gibt's den wieder, Richtig, auf, auf, so Lust, oder? Wer wagt es, meine Meditation zu stören? Dafür werdet ihr bezahlen. Wartet. Ich fühle, dass die Macht in euch stark ist. Sehr stark. Wer hätte gedacht, dass es auf diesem unbedeutenden Planeten einen Machtadepten gibt. Doch auch ihr seid einem Schüler der dunklen Seite nicht gewachsen. Ja. Ihr plappert nach, was euch der Jedi Rat sagt. Wir Sith haben gelernt, das Potenzial der dunklen Seite zu nutzen. Ihr verdanken wir unserer Stärke. Dieses Treffen ist ein wahrer Glücksfall. Wenn ich euch vernichte, verleiht mir mein Meister gewiss mein Laserschwert. Oh. Okay. Ich hab hier irgendwas cooles. Komm, wir fangen über eine Splittergranate vor dem Platz. Damit rechnet er bestimmt nicht. Hallo, Assi, ey. Hier, man macht Meditation oder irgendeinen Scheiß. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Ey, voll, äh, scheiße, ey. Oh, ich kann mich jetzt doch wieder bewegen. Hallo? Ah, okay. Was war ziemlich stark, glaub ich, ne? Toll, seid nämlich wieder betorben. Das ist ja alles hier. Toll, toll. Nichts kannst du! Nichts. Nein. Nein. Olle, du dreckige... Mann, der betäubt mich die ganze Zeit. Was ist das für ein Scheiße? Was ist das für ein Scheiße? Da muss ich den Spiegelstand nochmal laden. Dann braucht es mal ein Alter, der andere. Na gut. Soll es so sein. So, bevor ich jetzt wieder da reinrenne, ich gehe eben alleine. So, jetzt könnte er... Komm. Stirb! Ja, geht doch. So. Energiestrahlsplitter, Ionengewehr. Energieprojektor. Okay. Immer noch alles dasselbe. Schild. Der ist schon ziemlich knifflitsch. Kann ich nicht, muss ich aber sagen. Der ist schon ziemlich... Das ist schon ein ziemlicher... Ziemlicher Wichser. Das ist halt schon ein ziemlicher Wichser. Na ja, was will man machen, ne? Wir sehen sicherlich nicht das Laserschwert. Doch, jetzt kann es... So viel besser. Guck dir das an. Guck dir das an. Guck dir das an. Richtig schön. Hier bin ich. Ich kann es mal zeigen, was ich kann. Die Jedi-Tante. Schönen Faserschwert hier. Ist der irgendwas Besonderes? Abgesehen davon. Schaden. Zwei von so eine kritische Bedrohung. Diese exotischen und überausseltenen Waffen werden vor allem von dunklen Jedi verwendet. In deren Augen sinnlose Gewalt eine Tugend ist das. Zwinges Laserschwert ist effektiver, aber unpräziser als einfach klingelt. Okay. Ja? Ja. Die Null können wir schlagen damit. Wir haben Dinge, kein Dinge. Aber dieser T-Dingsbums ist ziemlich unbrauchbar gerade. Vielleicht können wir denn hier irgendwie mit was anderes ausrüsten. Mit einem... Flammenwerfer. Schilddisruptor. Ja? Trotzdem. Der Roboter ist für mich ein bisschen unbrauchbar. Ich will den gar nicht haben. Egal. Speichern. So. Speichern. Speichern. Oder schreiben. Dann geht es weiter. Wer wagt er nämlich wieder voll? Wer wagt es? Ja, ja. Ich fasse mal so. Trinkt ihr was bei ihm? Ne, anscheinend nicht. Oh, sie ist schon fast tot, ey. Lass es uns schnell erleben. Hier bin ich. Da ist los. Toll. Na, super. Das ist ein ziemlich heftig, der Typ. Alter. Was ist denn mit dir? Ah, sie. Ach, nee. Nee, nee, nee. Wie? Klinge. Ach so, mit zwei Schwertern findet er das heißen? Wie er war. Wendet euch ab, der Dummle in der da. Na. Die Zeiten haben dieses Treffen ist ein. Dieses Treffen ist ein Macherglücksball. Bla, 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 bla. Stierb. Stierb, du Assi. Guck mal, direkt, direkt den Robotein. Direkt den Robotein. Und direkt Platte auch. Ha! Na los! Töte ihn! Töte ihn! Äh, seh ich aber nichts von, von schnell. Okay, das bringt so nichts. Ha! Bewusstlos. Ja, ja, schon klar. Ich glaub, wir brauchen eine andere Truppe. Ähm... Ist ja zurück, wo wir gestern so... Okay. Oh, leider nicht aktiv jetzt gerade. Schade. Jetzt? Immer noch nicht. Dann holen wir mich ja komplett draußen. So, ich, äh... Ich muss auch eine Teammitglieder haben. Der Roboter ist nutzlos. Der ist so nutzlos. Gutzlos, nutzlos. Okay. Speichert. Lädt. So, Gruppenauswahl. Achso, kann ich auch hier machen? Das ist schön. Dann entfernen wir den hier und nehmen stattdessen ihn hier mit. Richtige Kloppmaschine. So, mein Freund. Das ist schon mal ganz okay. Mein Wookie-Freund. Mein Wookie-Freund. So, wie ich kann... Ähm... 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 Oh... Okay... Talente... So, perfektes Ausweichen. Da er eh nur am Kloppen ist. Ähm... Ähm... Tch... Guck mal hier. Das ist doch gut. Der Kloppt sowieso mit zwei. Das kann ich tun. Nein. Genau. So, wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Hä? Ist da eine Kamerad? Was hier denn? Was kann ich tun? Klar. Komm. Ne dumme Nuss. Oh Gott, der Hetzin? Hä? Mann, 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 Mann. Ich glaub halt gar nicht, ey. Was ist denn mit den Leuten los hier? Ist da auch zum Kotzen hier. So, schau mal, ja. Die frissen und so schließen. Wer war... Ihr... Ja, wendet euch ab. Bla, 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 macht er eh nicht. Der Assi. Oh, ach, ach, gut doch. Guck mal, wie das läuft. Ah, wie der sich heilt. Der Assi. Oh, oh. Ja, mein Gott. Geht doch. Ja.